Hallo Kinder! Hallo Kinder! Hallo Kinder! Lilly, wie geht es dir denn jetzt draußen so im Frühling? Ja, draußen, das sagst du so. Da fliege ich rum, dann ist es so schön, freue ich mich, dass die Blumen blühen und zack, kommt der Schnee, wird kalt, stürmt. Ein richtiges Aprilwetter halt. Ein richtiges Aprilwetter. Schau, die ersten Blumen blühen, es ist so warm und still. Plötzlich, da kommt ein Regenguss, April, April. Komm an unser Gartenfest, da gibt es Wurst vom Grill. Ruhst es den Kuhagen an, April, April. Ich tag' nen dicken Pulli, weil ich keinen schnupfen will. Uff, wie heißt es, Sonne brennt, April, April. Kommt, wir wollen spazieren gehen, das Wetter ist so schön. Oder kommt der Schnee daher, hast du es nicht gesehen? Wir gehen mit dem Fahrrad raus, wir sind ja nun schon groß. Was ist das, das gibt's doch nicht, das kommt ja schon los. Draußen vor dem Nachbarhaus, da liegt ein Krokodil. Kommt und schaut zum Fenster aus April, April.